Rechtsanwalt Mag. Bernhard Hofer, Ihr Ansprechpartner aus der Kanzlei Rechtsanwälte Rotenturm, wenn es um Ihr gutes Recht geht. Zentral in der Wiener Rotenturmstraße gelegen, bietet Ihnen Mag. Hofer Hilfestellung bei Ihren rechtlichen Problemen an, egal ob bei Schadenersatzforderungen, Mietrechts- oder Arbeitsrechtsfragen. Um Ihre Kosten überschaubar zu machen, bietet die Kanzlei neben einem Stundensatz auch Beratungspauschalen an. Dank jahrelanger Erfahrung kann Rechtsanwalt Mag. Hofer viele positiv abgeschlossene Praxisfälle vorweisen, die Sie gerne auf der Homepage nachlesen können. www.anwalt-hofer.at Recht gehabt!